Herzlich willkommen beim Gesundheits-Talk Rummelsberg. Das heutige Thema lautet Wechselendoprothetik. Also es geht um die Situation, wenn das künstliche Gelenk getauscht werden muss. Die Spezialisten sprechen in diesem Fall von Revisionsendoprothetik. Einer, der wissen muss, wie so etwas funktioniert, ist heute hier. Herzlich willkommen, Dr. Lenz. Guten Tag. Dr. Lenz, laut der Weisenliste der AOK führen Sie pro Jahr ca. 400 Revisionseingriffe an Hüfte und Knie durch und belegen damit in Bayern mengenmäßig einen Spitzenplatz. Warum ist das so? Nun, bei der Revisionsendoprothetik handelt es sich um einen nicht alltäglichen Eingriff, der insgesamt zwar relativ häufig ist. Wir wechseln momentan jährlich etwa 70.000 Hüften- und Kniegelenke in der Bundesrepublik aus. Insgesamt ist es jedoch so, dass der Eingriff sich schrittweise in die Zentren zurückzieht, wo eben eine entsprechende Expertise vorherrscht und wissend eines dieser Zentren in Deutschland. Prothesen in Hüfte und Knie sollen den Patienten ja eigentlich dauerhaft Beschwerdefreiheit bringen. Doch kein Kunstgelenk hält ewig. Sie sind Spezialist für Prothesenwechseloperationen. Welche Gründe gibt es für das Versagen von Prothesen und welche Maßnahmen gibt es zur Therapie? Der häufigste Grund für das Versagen einer Endoprothese ist ein biologischer Grund, nämlich dass wir im Laufe des Alters eine sogenannte Osteoporose entwickeln, einen Knochenschwund. Folgedessen zieht sich der Knochen etwas zurück, auch um die feste Prothese und aus diesem Grunde wird die Prothese locker. Dies ist immer noch der häufigste Grund für eine Prothesenlockerung, für eine notwendige Revisionsoperation. Allerdings gibt es auch sogenannte Komplikationen, die dazu führen können, dass man eine Prothese auswechseln muss. Das sind Probleme mit technischem Abrieb, die dann hinterher zu Knochenauflösung führen. Das sind aber auch Probleme wie Infektionen oder Unfälle, die dazu führen, dass man Prothesen auswechseln muss. Dr. Lenz, welche Wechselverfahren gibt es und warum können manche Wechselprozeduren nur in mehreren Schritten durchgeführt werden? Zu den Wechselverfahren muss gesagt werden, dass es da sehr unterschiedliche Arten gibt. Es können zum Beispiel auch Einzelteile einer Prothese gewechselt werden. Das ist beim Hüftgelenk häufig so. Dort müssen häufig nur die Pfannenkomponenten ausgewechselt werden und die Oberschenkelkomponenten können im Körper verbleiben, wenn sie noch fest sind. Die Teile passen heutzutage so aufeinander, dass man das beliebig kombinieren kann. Das sind sogenannte Modularsysteme, da gibt es keine Probleme mehr. Was den Wechsel betrifft, bei dem man nicht auf einmal ausbauen und gleich wieder einbauen kann, auch das ist möglich. Da gibt es eine ganz spezifische Komplikation. Das ist die sogenannte Infektion. Das heißt, es ist ein Bakterienbefall des Kunstgelenkes. Hier muss das Kunstgelenk im ersten Schritt ausgebaut werden und das Gewebe muss sich dann in Ruhe ohne Fremdkörper regenerieren und heilen. Und deswegen kann man das neue Gelenk erst nach einiger Zeit dann wieder reimplantieren. Sie halten eine große Bandbreite und Auswahl an unterschiedlichen Implantaten vor. Wie treffen Sie Ihre Auswahl? Zum einen muss man sagen, dass es notwendig ist, verschiedene Implantate, möglichst viele verschiedene Implantate zu halten, weil die Ausgangssituationen in der Wechselendoprothetik nicht so standardisiert sind wie beim Ersteingriff. Wir haben unterschiedlich große Knochen-Defekte, wir haben unterschiedliche Knochenformen, wir haben vielleicht vorausgegangene Operationen, wir haben vielleicht schon mehrere Revisionsoperationen. Allein schon deswegen braucht man unterschiedlich große und geformte Implantate. Festlegen tun wir das vor der Operation, welches Implantat wir vermutlich verwenden wollen. Es wird vor der Operation eine Planung angefertigt aufgrund des vorhandenen Röntgenbildes. Wir haben in unserem Röntgencomputer sämtliche Prothesen auch abgebildet und können die dort probatorisch im Röntgenbild einsetzen und sehen, welche sich am besten einfügen. Und die Prothesen werden dann geplant. Man muss jedoch betonen, dass es immer wieder während der Operation dann doch zur Situation kommt, wo es vielleicht nicht ganz so gepasst hat, wie man es sich vorgestellt hat. Wir können dann jederzeit umschwenken während der Operation, brauchen natürlich dann aber als Voraussetzung die vielen Implantate vor Ort. Und das haben wir hier. Dr. Lenz, können Sie mir nochmal erklären, wie das hier am Modell dann aussieht, wenn Sie hier was implantieren? Ja, das hier ist ein Beckenmodell im Maßstab 1 zu 1 aus Kunststoff. Was ich hier in der Hand habe, das ist ein Erstimplantat für die Erstimplantation. Das wird hier eben ins Becken eingesetzt, das ist die sogenannte Pfanne. Wird dort verankert und in dieser Pfanne dreht sich dann der Kopf des Kunstgelenkes, der an diesem Schaft hängt, der wiederum im Oberschenkelknorn verankert ist. Die Größe des Erstimplantates ist natürlich adaptiert und angepasst. Wenn man jetzt Wechseloperationen durchführt, sind die Voraussetzungen anders. Die Defekte im Knochen sind viel größer und deswegen brauchen wir in der Folge größere Implantate, sodass zum Beispiel im Vergleich zu der Erstpfanne die Revisionspfanne viel größer ist und auch anders geformt ist. Die hat noch einige Zusätze angebracht, mit denen eine zusätzliche Fixierung und eine zusätzliche Stabilität möglich ist, wenn der Defekt so groß ist, dass eine normale Pfanne zum Verklemmen eben nicht mehr ausreicht. Wir führen bei uns extrem häufig komplizierte Wechseloperationen durch. Das heißt, nicht nur die Erstrevisionen, sondern wir operieren zwei Patienten, die schon ein, zwei, dreimal gewechselt wurden. Dort wird es dann irgendwann sehr komplex und individuell. Wenn uns dann die Implantate aus unserem doch sehr reichhaltigen Portfolio nicht mehr ausreichen, dann lassen wir für die jeweiligen Patienten Spezialimplantate anfertigen. Das geschieht folgendermaßen. Im ersten Schritt wird von dem Patienten ein sogenanntes Computertomogramm gemacht. Das Becken wird in einzelnen Schnitten radiologisch fotografiert, wenn Sie so wollen, und nach diesem Computermodell erstellt uns dann der Computer ein Beckenmodell. Da haben wir mal ein Modell aus Plastik draus machen lassen. Und Sie sehen schon, das hier ist ein Patient, der lediglich eine Arthrose hat, wo das Becken noch normal ausgebildet ist. Und hier, das ist ein Zustand nach mehreren Wechseloperationen. Da haben wir nur noch einen ganz schmalen, knöchernen Ring, einen riesengroßen Defekt. Da unten ist sogar noch eine Deheszenz in diesem Ring. Dort wird es dann so komplex, dass unsere Implantate von der Stange nicht mehr ausreichen. Und in solchen Fällen machen wir dann für das spezielle Becken des Patienten eine spezielle Prothese, ein sogenanntes Individualimplantat. Also in diesem Fall schon einen sozusagen Beckenteilersatz, der individuell angefertigt wird. Das hier ist jetzt das Modell des Beckenteilersatzes des Originals. Und man kann sehen hier im Modell, wie sich das halt dann entsprechend schön einfügt, wenn man es individuell für den Patienten gefertigt hat. Fertigen tun wir das Original. Wie gesagt, das ist nur das Modell. Das Original gefertigt wird über einen ganz normalen 3D-Drucker, wie wir ihn heutzutage alle kennen, und zwar aus Titan. Der Titanstaub wird dann im 3D-Drucker verschmolzen zu diesem Individualimplantat, was dann ganz genau für diesen Patienten passt. Sie sind Vorbild in Sachen Krankenhaushygiene. Welche Maßnahmen führen Sie durch, damit im Krankenhaus Rummelsberg die Infektionsrate extrem niedrig gehalten wird? Das geht bereits im Vorfeld mit der Aufklärung des Patienten los. Das geht damit los, dass der Patient dann, wenn er in die Sprechstunde kommt, bereits eine Spezialseifen- und Waschlösung mit nach Hause bekommt, mit der er den Körper, die Körperoberfläche bereits zu Hause bakterienärmer gestalten kann. Der muss dann am letzten Tag vor der Operation zu Hause sich mit diesen Spezialwaschmitteln komplett von Kopf bis Fuß waschen und ist dann schon auf der Oberfläche bakterienärmer. Betonen muss man, dass jeder Patient Bakterien auf der Haut trägt, und zwar eine Unmenge. Pro Quadratzentimeter Haut sind bei einem gesunden Patienten etwa 150 Millionen Bakterien vorhanden. Die werden im ersten Waschschritt bereits deutlich reduziert. Dann führen wir bereits in der Sprechstunde Tests durch auf die sogenannten multiresistenten Keime. Das sind diese Problemkeime, diese Krankenhauskeime. Dort werden schon sogenannte Abstriche beim Patienten gemacht, um dann, wenn das der Fall ist, den Patienten zu Hause noch entsprechend gezielt zu sanieren. Das nächste Problem, was manchmal auftritt, dass bei den Patienten, die mit Infektionen zu uns kommen, unterschiedliche Keime vorhanden sind. Hier werden wir die Patienten entsprechend in speziellen Infektionszimmern behandeln beziehungsweise isolieren. Das heißt, es sind Zimmer, wo nur der Patient alleine liegt und wo spezielle Hygienemaßnahmen getroffen werden, um die Bakterien nicht weiter zu verschleppen und um die Bakterien vor Ort zu halten. Betonen muss man hier, dass wir natürlich bei der Operation, vor der Operation eine entsprechend chirurgische Desinfektion durchführen, aber auch bei der exaktesten chirurgischen Desinfektion im Operationssaal können nicht alle Bakterien eliminiert werden. Und deswegen müssen wir schon vorher dafür sorgen, dass wir die Bakterien möglichst in hoher Zahl eliminieren. Und das machen wir mit diesen Waschlösungen. Das sind ganz spezielle Lösungen. Es gibt nicht nur dabei Shampoo und Waschlösung für den Körper. Es wird auch eine Nasensalbe angewendet, weil vor allem in der Nase sich häufig ziemlich üble Keime befinden. Und es wird auch eine spezielle Zahnfasta verwendet, um die Mundflora auch entsprechend von Keimen befreien zu können. Und das hat sich in den letzten Jahren etabliert und wird wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren in allen Kliniken Pflicht werden. Ja, besten Dank für Ihre Zeit und das informative Gespräch. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Weitere Gesundheitsthemen finden Sie auf unserer YouTube-Seite. Werfen Sie doch mal einen Blick rein. Bleiben oder werden Sie gesund! Werfen Sie doch mal einen Blick. Wenn wir uns lernen, kommen wir ja noch gerne rücken. Werfen Sie doch mal einen Blick.